Die Kämpfe mit euch durchgehen, die an diesem Wochenende sind. Es ist wie gesagt voll heftig. Das ist wirklich ein Glücksspiel. Also heute, da kann auch wer, der ja keine Ahnung hat, tippen. Aber ich habe natürlich bei ein paar Sachen ein Gefühl. Auf jeden Fall der erste Kampf. Solomon gegen Kamil Sokolewski. Selbst die 1,22er Quote ist für mich nicht total sicher. Weil der Typ hat eine gute Amateurbilanz. Hat da viel Rissen bei den Amateuren. Hat jetzt eine 2 Kämpfe, 2 Siege. 1 K.O. Und Sokolewski hat 22 Niederlagen. Hat 10 Siege bloß. Aber 2 Unentschieden. Hat eine scheiß Bilanz. Ist aber trotzdem die Nummer 90 der Welt. Weil er 2 in seinem Kampfrekord hat, die die klaren Favoriten waren. Die er K.O. ja unert. Das ist Schwelwicht. Er ist der Favoritenschreck. Er hat eine 4,33er Quote. Und hat halt wirklich schon mal, schon 2 mal, die klaren Favoriten, die ungeschlagen waren, ausgenockt. Ja, also der Junge kann wirklich da einen Strich durch die Rechnung machen. Und wirklich die 4er könnte durchgehen. Aber es ist halt nichts sicheres. So, und deswegen ist die 1,22er nicht sicher. Wie gesagt, wenn man einen großen Schein anspielen will. Ich werde nachher ein paar Scheine ballern. Und mehr dazu sagen. Und halt, was ich sicherer sehe. Man kann halt, wie gesagt, ich habe auch einen Schein gemacht mit einer 1,000er Quote. Oder so, wenn man diesen Typ mir zum Beispiel mit rein nimmt. Kann passieren, ja. So, ich versuche mich, wie gesagt, kurz zu halten. Luke Willis gegen Reihen Schaden. Ich finde, diesen Luke Willis ist zwar hier nicht Favorit, weil er die Nummer 438 der Welt ist. Hat aber 10 Kämpfe, 10 Siege. Noch nie verloren. Hat nur einen Knockout. Und Reihen Karten hat ja 6 Kämpfe. Hat eine Niederlage. Erlitten gegen den Florian Marku letztes Mal. Hat da aber einen relativ starken Kampf gemacht. Aber Luke Willis ist technisch auf Beine viel besser. Technisch boxerisch viel besser. Ist Rechtsausleger. Wie gesagt, ist er technisch auf einem ganz anderen Niveau. Aber Schaden hat halt die Hälfte seiner Kämpfe durch K.O. gewonnen. Und Willis kann den halt mit seinen Schlägen nicht aufhalten. Aber ich denke wirklich, ich würde hier wirklich auf Willis gehen. Ist natürlich ein kleines Risiko trotzdem. Schaden ist hier der Favorit. Aber ich würde die 2,20er Quote anspielen. Und sehe das als den relativ sichersten Tipp fürs Wochenende an. Obwohl das, wie gesagt, alles ausgeglichene Dinger sind. Völlig krass. So, wir gehen mal zum nächsten Kampf. So. Ich habe das hier anscheinend nicht nach Reihe gemacht. James Metcalf gegen Kieran Convoy. So, Kieran Convoy. Wie gesagt, der Metcalf hat gegen Cheeseman einen starken Kampf gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Substanz das gekostet hat. Weil es war eine Riesenschlacht. Da haben wir auch alle drauf gesetzt und auch den Kampf verfolgt. Der war richtig krass. Zwei Engländer gegeneinander. Richtig heftige Schlacht. Ich weiß nicht, wie viel Kraft ihm das gekostet hat. Aber er war vorher mit 20 Kämpfen ungeschlagen. Er hat jetzt 21 Kämpfe, eine Niederlage. Er hat zwar keine großen Leute in seiner Bilanz geschlagen. Convoy ist hier auf Platz Nummer 38. Aber ich denke mal, das wird auch wieder eine Riesenschlacht. Convoy ist ein bisschen größer. Und Metcalf ist ein bisschen kleiner. Es liegt ihm zwar nicht. Ich denke wirklich, dass seine, ja wieder seine, sage ich mal, letzte Chance. Convoy hat auch schon zwei Niederlagen und 16 Sieger. Wie gesagt, ein bisschen höher platziert in der Rangliste. Aber für diese hohe Quote, die es hier gibt, denke ich, Metcalf kann man auf jeden Fall mitnehmen und anspielen. Weil das auch wirklich eine 50-50-Sache ist. So, mehr will ich da nicht so sagen. Jamie Mitchell gegen Shannon Courtney. Also Shannon Courtney, warte, wo finde ich ihn? Genau hier. Shannon Courtney hat sieben Siege, eine Niederlage. Also sie hat schon einmal verloren und letztes Mal auch nicht überzeugt. Ja, gegen Ebony Bridges oder gegen wem war es, glaube ich. Hat sie ja auch, den Kampf haben wir auch gesehen. Nicht überzeugt und eigentlich fast verloren. Und jetzt kommt eine Amerikanerin, die von ganz nach unten kommt. Die auch schon viel in ihr Leben mitgemacht hat. Die wirklich hungrig ist und die ungeschlagen ist. Sie hat sechs Sieger und hat zwei Unentschieden. Und sie hat richtige Schlachten schon in den USA geschlagen. Ja, diese Jamie Mitchell. Kämpft so ein bisschen wie Mayweather. Hat die Linke unten. Und ist schlagstark, ist schnell. Und die kann, sie will um ihr Leben kämpfen. Ich habe mal Artikel gelesen, ja, die will wirklich nach oben. Und die könnte das Ding ja machen. Also hier könnte man auch die Außenseiterin klar anspielen. So, Robin Krasnitschi. Dazu will ich nur sagen, es gibt halt eine Regel im Wetten. Die hat uns mein MMA-Mann erklärt. Die haben wir auch schon überall nachgelesen. Wenn der Kampf nicht länger als ein paar Jahre auseinanderliegt, gewinnt meistens derjenige, der Kampf eins gewonnen hat. Ja, also, ähm, weil derjenige kann sich in der kurzen Zeit nicht verbessern. Und, ähm, Bösel ist auch schwer Karol gegangen. Das macht auch was mit dem Kopf. Man darf den Zwischenaspekt nicht außer Acht lassen. Dass Robin Krasnitschi sich auch wirklich sein Leben lang hier einen Arsch aufreißt und ein Erfolgsheld werden will. Oder ist es schon und will es auch noch ausbauen. Es kann natürlich auch sein, dass Bösel hier der Außenseiter hier winnt, ja. Ähm, weil in seinem ersten Kampf sah es auch nicht so verkehrt aus am Anfang. Aber ich denke, die alte Regel sollte man befolgen. Und, ähm, dass, wenn so kurz der Kampf auseinander ist, dass man da nichts reißen kann, wenn man dann auch noch psychisch angeschlagen ist und Krasnitschi hier voll motiviert ist, dass, ähm, Krasnitschi gewinnt. Und, so, ähm, dann, was habe ich hier für eine Ordnung? So, Ted Sheisman gegen Troy Williamson. So, ähm, der Williamson ist schlagstark, hat aber erst vier Positive in seiner Bilanz. Und, ähm, Sheisman hat die, hat die klaren Vorteile, weil er 13 Positive, er hat schon zwei Titelkämpfe gemacht. Er war, ähm, britischer Meister und hat viel mehr Erfahrung. Ja, also, ähm, ich würde hier auf Sheisman gehen, obwohl, ähm, Williamson eine 70-prozentige K.O.-Quote ist und immer gefährlich ist. Also, das war auch eine Riesenschlacht. Er hat natürlich, hat oft Deckungslücken. Natürlich hat Sheisman nicht so eine K.O.-Power, aber Williamson hat oft Deckungslücken und kämpft auch sehr aufgeregt. Und Sheisman hat klar den Match-Vorteil, dass er viel stärker Leute gekämpft hat und viel mehr Erfahrung hat. Und ich denke mal, die Erfahrung wird sich hier durchsetzen. So. Brett Forster gegen Cunningham, das ist eine Gewichtsklasse, 54 Kilo. Brett Forster, das war ein starker Mann, war in Kickboxen, hat er sehr viel, ähm, Titel geholt und ist dann ins Boxen gegangen, glaube ich, mit 18 Jahren. Und, ähm, ist auch ein Top-Mann, hat aber bei ein paar Kämpfen nicht überzeugt. Und Cunningham ist Titelträger, EBU-Europameister. Und der verteidigt seinen Titel. Und das kann eine, äh, knappe Sache werden. Und aber da beide keine, ähm, K.O.-Power haben, würde ich hier, ähm, auf, gucken wir mal schnell, dass der Kampf über die volle Distanz geht oder mehr als 8,5 Runden gehen. Der Kampf über die volle Distanz ist eine 1,33er Quote. Weil das ist auch leichte Wicht und ausgeglichen und hier kann man auch keinen klaren Favoriten festmachen, ja. So. Dann haben wir das. Brett Forster haben wir. So, dann müssen wir jetzt hier erstmal Liam Smith. So. Also, ähm, Liam Smith, wartet, wo haben wir den denn? Hier haben wir es. Liam Smith ist ja schon mehrmaliger Weltmeister geworden, hat leider in Russland verloren, war aber knappe Geschichte, hätte man auch anders, denke ich, geben können. Hat gegen, ähm, Alvarez verloren, hat noch gegen starken Mann verloren, ist jetzt schon, sage ich mal, ja, 33, kann man noch nicht sagen, auf dem absteigenden Ast. Aber er hat eine gute Deckungsarbeit und hat so mehr den normalen englischen Boxstil und macht zu und geht rein, macht Druck. Aber, ähm, Anthony Follower hat natürlich den, ähm, starkeren K.O. Punch, ja. Und, ähm, hat eine sehr hohe Amateurerfahrung, hat da sehr viel geholt, war sehr lange in Amateurbereich, ist ja, ist viel kürzer im Profibereich. Ich glaube, ähm, Smith ist sieben Jahre länger im Profibereich und hat auch mehr Erfahrung. Follower ist natürlich, ähm, wie gesagt, ein Top-Mann bei den Amateuren gewesen, aber wenn man so lange bei den Amateuren ist, kommt man mit der Profi, ähm, Distanz oft nicht klar, weil die zu lang ist. Ähm, er hat aber, wie gesagt, äh, sehr hohe K.O. Power und das ist auch komplett ein ausgeglichenes Ding. Ich habe am Anfang gedacht, wo ich am ersten hingucken, weil den letzten Kampf, ähm, Liam Smith ist halt ein bisschen kleiner und ich habe keine Kämpfe gesehen, wo er großartig reingegangen ist und wo er in die Distanz überbrücken musste. Meistens hat er auch gegen gleich große Leute gekämpft. Ist eine schwierige Geschichte. Man kann hier, ähm, Anthony Voller anspielen, er hat eine höhere Quote und wenn es 50-50 Ding ist, sollte man lieber die höhere Quote anspielen, aber irgendwie ist Smith natürlich übelst motiviert, hat ihn noch nicht mal die Hand gegeben bei den Wiegen und, ähm, ist auch mehr, sage ich mal, bekannter in England und vielleicht wird es ein knappes Ding und er lässt sich nicht K.O. schlagen und dann im Winter doch knapp nach Pumpen kann kommen. So, ähm, dü 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 Efe Ajakbar Frank, äh, Schanzes, Schanzes, ähm, Efe Ajakbar soll wie, äh, Anthony Weider Ähm, äh, Anthony Weider sag ich, naja, wem, falls, ähm, so eine Schlagkraft haben wie Weider und, ähm, er kämpft aber ein bisschen statisch und alles, ja. Frank ist ein Kubaner, hat eine viel höhere Amateurerfahrung und, ähm, ist schneller, spritzier und, äh, technisch besser, ist ein bisschen kleiner, aber, ähm, eigentlich müsste er das Ding machen, aber Ajakbar hat halt immer den K.O. Power, ja. Also es ist auch komplett ausgeglichen, eine Schichte, ja, da könnte man schon wieder auf Ajakbar gehen, hab aber das Gefühl, dass, ähm, dass, äh, der Frank gewinnt, der Kubaner. So, Adam Lovaki gegen Robert Hellenius, das ist ja der Rückkampf, Lovaki war letztes Mal der Favorit, Hellenius hat ihn K.O. gehauen und da ja diese, Hellenius leider schon 37, hat schon seine beste Zeit hinter sich, vielleicht war es ein Glückstreffer, ja, und dass er da K.O. gehauen hat, er ist natürlich motiviert für sein Land und alles, das Ding zu holen und, ähm, ich würde auf Hellenius gehen. Ich hoffe und denke, und vielleicht ist es auch Sympathie, dass er das Ding auch jetzt wieder macht. Das Wiegen hat mir jedenfalls gezeigt, dass, ähm, dass Hellenius ein bisschen der Vorteil ist. Auf jeden Fall, Tyson Fury ging weiter, Guck mal, Tyson Fury hat noch nie verloren bis jetzt, er ist psychisch stärker, alles, bla bla bla, aber Walder hat natürlich den K.O. Punch in den Fäusten und, ähm, ich würde eigentlich auf Tyson Fury gehen, aber ich bin halt Walder Fan, deswegen, das sollte man so einen Kampf auslassen, aber meine Gefühl sagt mir irgendwie, obwohl eigentlich Walder nicht gewinnen kann, er hat trotzdem die K.O. Power und er geht aufs Ganze und er hat nun mal diesen Punch, ja, dass man bei so einer Riesenquote und die 1,33er bringt nichts auf weitergehen sollte. Irgendwie habe ich das im Urin, ich weiß auch nicht. So, das waren 11 Kämpfe, ja, fast alle ausgeglichen. Ich werde dann bald meine Tipps dazu abgeben, wie meine Gefühl mir sagt. Dann schreibt mir einfach mal, da kann man wirklich bloß, sage ich mal, auf den einen Kampf da ein bisschen mehr setzen und dann halt einen Kombi-Schein machen.